Hallo Leute, es ist mal wieder Zeit für ein Season 2 Shop Video, deswegen gehen wir schnell in den Shop rüber und sehen, dass sich die Angebote endlich erneuert haben. Und als allererstes haben wir den Spitznamen Donutspezialist. Und dann haben wir den legendären Skin Der Schwächling, auch aus dem Untitled Goose Game. Hier das Oberteil. Das finde ich jetzt nicht ganz so dolle für 10 Kronen, ist natürlich auch sehr viel. Deswegen, ich glaube ich lasse den erstmal. Ich warte nochmal auf den Dugenguy, der soll ja auch noch kommen, hoffentlich, diese Season. Mal zum normalen Ding. Das Namensschild Schmetterling haben wir hier. Dann das Muster Wirbelärmel. Den Spitznamen Greifer. Dann das Oberteil Pustender Wolf. Das Oberteil Peabody. Und das Unterteil Ferdi. Ja, spricht mich jetzt alles nicht so extrem an, zumal ich ja auch erst 12 Kronen habe. Wie gesagt, ich warte noch auf den Dugenguy. Und ach ja, bevor ich es vergesse, Season 3 Infos habe ich auch noch für euch. Und zwar gibt es zwei weitere Shows. Einmal die Obstkorb Show. Da werden sicherlich die ganzen Level drin sein, wo Obst geflogen kommt. Und dann haben wir noch die Winter Knockout Show. Ich denke, das wird sowas ähnliches sein wie die Medieval Show. Also besonders viele neue Level mit dem Winterthema. Und als weitere Info habe ich hier diesen Santa Skin gefunden. Der sieht doch auch mal Hammer aus, oder? Also ich freue mich schon total auf diesen Skin. Mal gucken, ob ich mir den auch leisten kann dann. So, das war es dann auch für heute von mir. Wir sehen uns im nächsten Video. Also, macht's gut, bis dann. Ciao.